Gut, also natürlich ist der Rat mal wieder total uneinsichtig und kann uns gar nicht helfen, weil sie nur auf ihre eigenen Welten bedacht sind. Wir haben es immer gesagt, die Reaper kommen, die Reaper kommen und sie haben nicht gehört. Ja, und jetzt, wo die Reaper vor der Tür stehen, wollen sie einem nicht mehr helfen, denn plötzlich sind sie ihre eigenen Welten auch betroffen. Aber am schlimmsten ist die Azari-Ratsherrin, die da knallhart sagt, ja, solange sie sich auf die Erde konzentrieren, haben wir ja noch Ruhe. Hm, dankeschön, super. Aber wenigstens der Torianer, der eigentlich immer der war, der uns am meisten kritisiert hat und der am meisten ablehnt uns gegenüber stand, der hilft uns jetzt. Natürlich helfen wir... So viel Gequatsche hier. Natürlich helfen wir in erster Linie jetzt erstmal ihm, aber er hat schon recht. Wenn die Mitglieder dieses Gipfels da dankbar sind und den Menschen wohlwollend gesinnt, dann funktioniert das besser für uns. So, blöderweise sind wir dann halt bloß sehr, sehr weit von dem eigentlichen Kampf weg erstmal. Gut, hier können wir Waffen kaufen. Momentan ist das noch nicht großartig von Bedeutung für uns. Und ich sehe gerade auch, es ist keine Waffe dabei, die wir wirklich gebrauchen können. Das sind nun gerade die drei, die ich gar nicht benutzen will. Egal. Aber wir haben hier doch ein Spectre... Ich höre doch mal echt zu kratschen, Mensch. Wir haben hier noch das Spectre-Terminal. Da wollen wir mal kurz reinschauen. Das ist auch eine Neuerung. Willkommen, willkommen im Spectre-Informationsverarbeitungszentrum. Dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen oder Requirierungen. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics and Reconnaissance im aktiven Dienst stehen. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, verwenden Sie bitte nebenstehendes Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht zurückfolgbar durchführt. Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Terminal hier, weil wir ja zum ersten Mal Spectre sind ohne konkreten Auftrag. Im ersten Teil waren wir ja auch schon offiziell Spectre. Allerdings hatten wir da den konkreten Auftrag, Saren zu jagen und zur Strecke zu bringen. Deswegen haben wir vorher gar kein Büro gehabt, kein Spectre-Büro mit Terminal oder sowas. Das kommt jetzt erst. Informationen über die Quarianische Flotte. Die Quarianische Pilgerin Jenvolan Narnima auf der Citadel erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Jenvolan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und Ermitter für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer nicht identifizierter Quarianischer Pilger nach einer Schiffspassage in die Nähe des Perseusnebels erkundigt. Später soll er gesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die Quarianische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Perseusnebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein, aber es liegt weder ein Angebot noch eine Nachanfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Quarianer sich viel mehr auf einen Konflikt mit den Geff vorbereiten. Schlechte Vorzeichen, denn, naja, wir wissen ja, dass wir eigentlich beide brauchen könnten als Verbündete, sowohl die Geff als auch die Quarianer. Und wir haben es ihnen noch gesagt, bitte geht kein Konflikt ein, jetzt machen sie es aber trotzdem. Hier können wir noch, ah ne, das wollen wir nicht, die Schießanlage betreten. Könnten wir machen, ein bisschen Schießtraining da drin, aber muss ja nicht sein jetzt. Ja, also die Quarianer machen das, was sie nicht machen sollten und gehen einen großen, behafteten Konflikt ein mit den Geff. Leider, wir gehen mal kurz da drüben noch schauen, ich glaube, da ist nichts mehr weiter. Da können wir momentan nichts gegen tun, aber das wird sich noch ändern, da werden wir auch noch eingreifen und dann werden wir noch sehen, was wir noch machen können und inwiefern wir da Entscheidungsmöglichkeiten haben, die dann sehr, sehr große Konsequenzen haben können. Erstmal steht der Mond von Palavan auf dem Programm. Die Reaper sind also überall mittlerweile schon und ja, alle haben zu kämpfen. Nicht nur die Menschen, aber wir waren die Ersten, die den Angriff abgekriegt haben und tragen nun die Hauptlast des Angriffs. Der Rat hat verkündet, dass diese galaxieweiten Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten Passionsplans sind. Ne, wirklich. Und erstmal können wir nichts tun für die Erde. So traurig das eigentlich ist, wir können tatsächlich nicht direkt in den Kampf um die Erde eingreifen, sondern wir müssen jetzt Dinge tun, die nichts mit den Reapern direkt zu tun haben. Nur mittelbar. Aber was willst du machen? Es geht nicht anders. So, machen wir uns mal auf den Weg. Redet ihr noch ein bisschen mehr wieder? Jetzt also ohne Kontaktmöglichkeit hinter den feindlichen Linien, bis der Krieg vorbei ist. Nein, wir werden uns hauptsächlich in verstärkten Stellungen aufhalten, bis die Einsatzteams einen Bereich gesichert haben. Dann kommen wir, errichten Bunker zur medizinischen Versorgung und Nachschubdepots und am Schluss besitzt die Hauptflotte die Zone. Ich trage keine Uniform, Schatz. Was bedeutet das? Wir werden zu jeder Zeit in Sicherheit sein. Techniker werden nicht an die Front geschickt. Aber du wirst nicht mit uns sprechen können. Ich wäre mir in diesem Konflikt nicht so sicher, dass Techniker nicht auch an die Front geschickt werden. Ganz ehrlich, da wird wohl jeder in den Kampfeinsatz kommen. Denn hier wird jeder gebraucht. So, für uns geht's zurück auf die Normandy, denn wir haben ein Ziel vor Augen. Nanu. Schlechte Träume. Der Junge von der Erde. Du konntest nichts für ihn tun, Shepard. Es ging nicht. Macht er nicht solche Vorwürfe? Du hast es selbst gesagt. Du kannst nicht jeden retten. Und dazu gehören auch solche unschuldigen Opfer wie Kinder. Du hast nun mal einfach nicht die Macht, die Reaper mit bloßen Händen aufzuhalten. Wie wirst du verhindern, dass Kinder getötet werden, dass Unschuldige getötet werden? Das kann kein Mensch in keinem Krieg. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Kinder sterben. In Gegenden, in denen du arbeitest. Du wirst sie nie erreichen. Du wirst sie nie erreichen. Leara, kann ich helfen? Ich habe den thurianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Die Reaper sind jetzt hier. Und der Rat, die anderen Spezies, sind nur an ihrer eigenen Zukunft interessiert. Wie viele Zivilisten sterben, während sie auf unseren ersten Zug warten? Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Sie werden es merken. Sie müssen. Commander Shepard? Ich bin Spezialistin... Oh. Verzeihung. Ich... Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Äh, Commander? Hallo. Ich bin Samantha Traynor. Also, eigentlich Lieutenant. Von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper-Angriffen. Langsam, Spezialistin Traynor. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja. Er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Traynor war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube Admiral Hackett möchte über Videoleitungen mit Ihnen sprechen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub. Was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Eckert, Ende. Tja, leider können wir nun mal nicht direkt nur auf die Erde Rücksicht nehmen dabei. Sondern wir müssen den ganzen Galaxien im Auge behalten. Denn die Reapers sind nun mal eine Bedrohung für die ganze Galaxie. Und wenn es am Ende die Erde kosten sollte, müssen wir das leider eingehen. So, wir schauen uns mal das Kriegsterminal an. Kriegsaktivposten. Oh, schweres Wort. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Mensch, Kriegsaktivposten. Schweres Wort. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Die Allianz. Die Allianz repräsentiert die ökonomische, politische und militärische Macht der Menschheit in der Galaxie. Ihre Truppen werden angeführt von Admiral Stephen Hackett. Und wir sehen, 645, wir werden später noch sehen, was das ausmacht. Und hier können wir auch noch genauer reinschauen, was da alles mit drin steckt. Also die Technikkorps, die einzelnen Flotten. Und hast du nicht gesehen, selbst da hier eine Alice zählt was. Siehst du mal. Sie sendet von der Normandy und interviewt Crewmitglieder und hochrangige Allianz-Offiziere, um der Galaxie zu zeigen, wie Insider den Krieg erleben. Aha. Na dann. Der Rest sind alle... Oh, schaut mal. Die Normandy selbst sind 115. Die ist wertvoller als die 103. Marine-Division oder das Allianz Technikkorps. Nein, das nicht. Aber... Naja. Auf jeden Fall ein bisschen was wert. Selbst die Flotte der Allianz ist nicht viel mehr wert als die Normandy. Beziehungsweise zwei solche Flotten. Ist schon krass, was die Normandy ausmacht. So, und dann werden wir später noch ein bisschen was dazukriegen hier an weiteren Kriegsaktivposten. Das ist also unsere Aufgabe. Wir müssen hier für Verstärkung sorgen. Und hier haben wir das Minimum, das wir brauchen, um wirklich... Hier ist das Minimum. Das wir wirklich brauchen, oder das? Ich weiß nicht, das oder das? Eins von beiden. Um wirklich erfolgreich hier durchzukommen und den Konflikt zu beenden. Solange das noch nicht der Fall ist, können wir überhaupt nicht darauf hoffen, irgendwie was zu retten hier. So, wenn wir hier mal schauen, Kriegsschauplätze. Jedes Konfliktgebiet hat eine Bereitschaftswertung, die seinen möglichen Beitrag zur letzten Schlacht angibt. Werden diese Gebiete vernachlässigt, kann sich ihr Status verschlimmern und die Gesamtbereitschaft sinken. So, das ist das mit den 50%. Hier kann man also eingreifen, indem man die Multiplayer-Missionen macht. Das wird die ganze Sache ein bisschen erhöhen. Werde ich mal schauen, ob ich das vielleicht abseits der Aufnahmen mit mache. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wäre aber vielleicht nicht schlecht, wenn ich das beste Ende erreichen will. Momentan gibt es hier noch nicht viel in der Einsatzzentrale. Das wird sich dann später noch ändern. Da wird dann noch ein bisschen was dazukommen. Ich glaube, hinten ist nichts, ne? Doch. Siehst du mal, ein Modell von dem Shuttle. So, hier haben wir unseren neuen Konferenzraum. Sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, weil die Allianz sich das Ganze hier vorgenommen hat. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden? Stimmt natürlich irgendwo auch, ne? Wahrscheinlich werden die Menschen da auch nicht viel gemeinnütziger. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. So, und da kommen jetzt auch die ganzen kleinen Nebenaufträge rein, die wir so haben. Reden wir doch erstmal mit Miss Drainer, die jetzt unsere neue Kelly sozusagen ist. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekruten? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, ist schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plagg entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay. Darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hierbleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Klingt ja nachher ganz schön eine Ete-Petete-Zahnbürste. Mit Masseneffektfeldern Plagg entfernen. Das klingt super. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im K.I.Z. in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen. Und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Klingt äußerst spannend, aber naja gut, es gibt halt solche und solche. Manche finden Tech total spannend, andere lieber den Kampf. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-Systemen. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären Sie in London geblieben, wären Sie jetzt wohl tot. Viele Menschen auf der Erde leben noch und Sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Weitermachen, Spezialistin. Gut, haben wir sie mal kennengelernt. Unsere neue Kelly Samantha Trainer. Und schauen erst mal ganz kurz von mit vorbei, denn dort waren wir jetzt auch noch gar nicht. Mensch, jetzt sogar hier mit geschlossenem Tor. Aber was Neues. Ich glaube, hier war es uns immer offen im ersten Teil. Wir haben jetzt auch wieder eine Schleuse, sehe ich gerade. Na, sowas gab es ja auch im zweiten Teil nicht. Und wie es aussieht, haben sie hier das Terminal für E.D. weggenommen. Generell ist ja auch der Stil ein bisschen anders, ein bisschen dunkler als noch im zweiten Teil. Naja, muss man sich dran gewöhnen. Die Allianz hat offenbar einen anderen Geschmack als Cerberus. Hey, Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen. Wegen der alten Zeiten. Na klar, haben wir früher auch gern gemacht. Ne, eigentlich haben wir nie mitten im Gespräch aufgelegt. Dazu waren wir immer viel zu nett, glaube ich. Der Einzige, bei dem wir mitten im Gespräch aufgelegt haben, das war der Unbekannte, weil der es einfach mal verdient hatte. Gut, okay, dann haben wir hier oben zumindest schon mal alles gesehen. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Danke, Kelly. Äh, Samantha. Wir haben schon den gesehen, hier drüben, da ist jetzt einfach nur eine Abstellkammer. Das war ja mal ursprünglich die Ecke, in der Jacob mit seinen Waffen gestanden hat. Und da, wo das, äh, Kampfinformationszentrum war hier und diese Schleuse, da war ja früher mal Mordins Labor eigentlich.